Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee erschöpft nach Westen Richtung Elbe. Dann soll die Armee bekehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fehler in meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgetrutscht. All right, one more connection for us, folks. This will be delightful, I'm sharing. Maybe some fair wrong. You know what? I'm going to go all around. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow. Und im Ostnüster Feind ist Zerwinie-Richtenberg-Marsdorf-Kartshaus genannt. Mit dem Angriff Steiner's will das alles in Ordnung kommen. All right, boys, fight! Der Mech ist super delay. Es drast mein Input komplett. Ich kann, ich kann, ich kann nicht, ich kann, ich kann nicht winnen. Er ist nicht in der Bunker-Anlage. Und was ist los? Woher kommt die Scheiße rein? Das ist der schlimmste Verrat! Das Stärke kann letztlich nur triumphieren indem es das Schwache ausmerzt. Die Affen zum Beispiel. Not doing that. No charge. I can't do it. I'm not playing in the game. I can't get any basic moves to come out. Lame. I knew I was going to be winning nonstop, especially with these. Look, one bar connection is so slow. Oh, I can't get any of them to come out, so fuck that. Oh, I'll pick Bison again. I'm sorry, it's hot. It's a purple bison, I want the purple bison. What these men and fight experiences and weapons... I'm gonna fight again. Round one, fight! Never! What's your bird? Should the elder Tsarin prevent himself to think? I'll fight back on this story! What the fuck? What the fuck? Let's say it's not! Never! 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 Das ist ein Neu-Tonio! Oh, was? 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 F-ing- Are you kidding me? I didn't look at the scissors, I didn't give you a look at the light and he just smashed f-ing brown. I was kidding. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. I can't get my moves. Wow, I couldn't block. Das sind doch alles hohe Phrasen. Wem ist ihr tanne? Inder, ist der Verweck. Das ist eine Gerichte. Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Aber ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Weg noch eingreifen kann. Any quick. F-ing scrub. Ich will den Fäder sehen, sofort! Ich will den Fäder sehen, sofort! Ich will den Fäder sehen, sofort! Ich werde dich gut schreien, Junge. und akzeptabel! Aber er wird niemals kapituliert. Und damit es nicht weiß, wir auch nicht! Ich kann nichts tun, er wird zu viel delay. Ich kann nichts tun, er könnte einfach nur an einem Endlesser-Luke-Gehnen. Wann die Fäder? Was ein großartiger Spieler. Ich bin weg. Wir müssen die Zivilbevölkerung schliessen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schliessen. Wir müssen blockieren. Wir müssen blockieren. Der Mann ist schliessen. Der Mann ist schliessen. Er ist schliessen. Geh schliessen, du Idiot. Der Mann ist schliessen. Der Mann ist schliessen. Der Mann ist schliessen. Verräter. Von allem Anfang an, wurde so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle dieser Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Untertitelung des ZDF, 2020